Ja, ich habe mir für euch mal OnePage.io angeschaut. Damit kann man so coole Landingpages wie diese hier erstellen, aber auch Webseiten, OnePager oder sogar so ClickFunnels. Genau, und ich habe mir das in Ruhe mal angeschaut. Du findest hier auf meinem Kanal auch diverse Videos dazu, Tutorials, wie man Landingpages oder OnePager damit erstellt. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem Tool, weil man wirklich coole, schicke Vorlagen hat, die man sehr einfach anpassen kann. Wir schauen uns das Ganze gleich hier mal an am PC. Bevor es losgeht, ganz wichtig, du findest den Link zu OnePage.io unten in der Videobeschreibung. Das ist ein sogenannter Partnerlink. Das heißt, wenn du dich darüber anmeldest, unterstützt du zugleich mich und meinen Kanal damit. Und ich kann in Zukunft einfach noch mehr von diesen Videos hier machen und vor allem noch mehr Tools für euch testen. Also vielen, vielen Dank, wenn du dich darüber anmeldest. Das hilft mir einfach in Zukunft zu wachsen und noch mehr von diesem Kram hier zu machen. Genau, aber OnePage.io, wenn du noch nicht angemeldet bist, ich würde es dir wirklich raten, einmal draufklicken und dich darüber anzumelden, weil ich bin echt begeistert, wie gut dieses Tool funktioniert. Ich kann euch auch direkt zeigen, warum hier am PC. Wir schauen uns das einfach direkt mal an. Du kannst dir hier, wenn du auf den Link geklickt hast, landest du hier auf dieser Seite oder auf so einer ähnlichen. Und da kannst du dir das alles in Ruhe mal anschauen. Also vor allem für Landingpages, Webseiten oder eben auch so Quizfunnels ist das gut. Oder neuerdings kann man auch so ein Linktree zum Beispiel für Instagram dann machen, dass man eben alles von einem Anbieter hier bekommt. Und die bauen auch immer mehr hinzu. Ich war mit denen in Kontakt und muss echt sagen, die haben eine ganz gute Vision davon, wo die hinwollen. Und vor allem die Preise passen auch ganz gut, weil man kann hier schon ab 15 Euro loslegen. Das ist sehr, sehr günstig für einen Landingpage-Bilder. Homepage-Baukästen sind vor allem auch so in der Range, 10 bis 20 Euro. Aber für so einen Landingpage-Bilder, da zahlt man meistens irgendwie 30 bis 60 Euro, würde ich sagen. Deswegen ist das schon irgendwie sehr cool gemacht. Und wenn du dich dann hier anmeldest unter Login, landest du hier auf dieser Seite und hier kannst du Projekte erstellen. Die nennen das Projekte. Ein Projekt ist eigentlich nichts anderes wie eine Webseite für die. Also sobald du eine eigene Domain hast, ist es dann ein Projekt. Das nennen die nur so, weil viele Agenturen nutzen das, um eben Landingpages und Webseiten für ihre Kunden zu erstellen. Und dann ist das eben ein neues Website-Projekt sozusagen. Aber du kannst dir vorstellen, ein Projekt gleich eine Domain. Und ein Projekt kann dann auch mehrere Seiten haben, auch wenn das Ding OnePage.io heißt. Man kann eine Webseite mit durchaus zwei, drei Seiten bauen. Das ist kein Problem. Genau, ich habe hier schon so ein Projekt angelegt. Da kann ich einfach draufklicken. Und jetzt würde ich einfach mal eine neue Seite für dieses Projekt erstellen. Und dann siehst du hier direkt die Vorlagen. Also du kannst hier mit Vorlagen loslegen. Und es ist wirklich cool gemacht, weil du hast für sämtliche Anwendungsfälle eine eigene schicke Vorlage bei OnePage.io. Zum Beispiel, wenn du deine eigene Agentur hast, wenn du dein digitales Produkt verkaufen willst, wenn du dich als Experte positionieren willst, kannst du hier so schicke Templates nehmen, kannst aber auch deine eigene Software vorstellen, kannst eine Landingpage für Webinare machen für deine Firma oder wenn du dein erstes Buch veröffentlichen willst, dann braucht man ja eine Seite einfach, um Sachen zu promoten, sei es jetzt auf Social Media oder per Google Ads oder so. Und dann kann man eben eine Landingpage hiermit bauen und den Traffic darauf leiten. Genau, digitales Produkt. Aber auch hier sind so Vorlagen für physische Produkte. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Shopify-Store hast und einen neuen Launch von einem physischen Produkt hast, dann kannst du eben eine dedizierte Landingpage mit OnePage.io bauen und Leute können sich dann eben das Produkt erstmal angucken oder du kannst zum Beispiel auch erstmal nur die Leads sammeln. Wenn das Produkt noch gar nicht auf dem Markt ist, kannst du eben eine Page dafür bauen und erstmal die E-Mail-Adressen einsammeln und schon so ein bisschen Hype darum erstellen. Und dann musst du das eben nicht unbedingt mit Shopify zum Beispiel erstellen, sondern du kannst das schnell hiermit erstellen und kannst später dann den Shop über einfach einen Button anbinden und dann die Leute dahin verlinken. Also das ist durchaus eine gängige Praxis. Man hat seinen Shop mit Shopify und man hat aber auch einen Landingpage-Builder, wo man dann eben einzelne Seiten macht, um eben für diese einzelnen Kampagnen, sei es jetzt Google Ads oder Facebook oder Instagram, dann für die einzelnen Kampagnen eine Landingpage baut. Und das Starke ist eben hier, dass das echt gut aussieht. Also sei es jetzt für deine Hochzeit, für dein Event oder hier, wenn du eine Recruiting-Agentur bist, eine Landingpage für eine offene Jobposition. Du kannst wirklich hier für alles eine Vorlage finden und wenn du dich dann für eine Vorlage entschieden hast, ich mache mal meine hier auf, dann kannst du das super leicht anpassen. Und mit super leicht meine ich wirklich richtig, richtig einfach und trotzdem haben die es geschafft, einen relativ guten Freiheitsgrad da reinzukriegen, weil ich kann jetzt nicht nur hier reinklicken und irgendwie Sachen anpassen oder Texte hier fettgedruckt machen oder so, sondern ich habe wirklich die Möglichkeit, wie ein Profi hier hinzugehen, mir zum Beispiel diese Textstelle zu markieren und dann hier habe ich einzelne Optionen, wie ich das Ganze darstellen möchte. Zum Beispiel hier mit so einer schicken Unterlinie. in Gelb, die kann ich auch noch dicker oder dünner machen. Ich kann die Farbe verändern, aber ich würde das jetzt hier einfach bei diesem Gelb belassen, das passt schon ganz gut. Und um das noch mehr hervorzuheben, habe ich die Möglichkeit, das Ganze noch hier in Gelb zu machen. Und schon hätte ich quasi hier diese Online-Produktion hervorgehoben und das sieht wirklich aus, als hätte das ein Designer gemacht. Also das ist jetzt nicht nur so ein billiger Unterstrich, sondern es ist wirklich ein cooles Element hier, was man einfach dann anpassen kann. Und du hast gesehen, das geht wirklich relativ zügig. Ja, das ist wirklich cool gemacht. Und du hast hier auch, wenn du diesen ganzen Bereich hast und mal hier draufklickst, dann hast du hier den Container. Den kannst du noch größer machen oder kleiner machen, wie du das haben möchtest. Ich würde das aber so lassen, weil das schick aussieht. Aber ganz wichtig, du hast hier noch Animationen. Und da kannst du eben festlegen, wenn jemand auf die Seite kommt, wie das aussehen soll. Wir können uns das hier in der Vorschau mal anschauen. Genau, so fliegt das dann ein. Wir können aber auch dieses Aufpoppen machen oder hier von der Seite so ein bisschen. Genau. Also da einfach mal mit rumspielen. Du hast auf jeden Fall sehr viele Freiheitsgrade. Das ist schon alles voreingestellt. Das ist das Schöne bei OnePage. Man muss das nicht unbedingt alles wahrnehmen, aber es ist einfach relativ cool gemacht, weil es sieht wirklich so aus, als hätte das ein Designer gemacht. Und das passt einfach richtig gut. Du kannst dann hier, wenn du die Seite erstellt hast beziehungsweise die Vorlage ausgewählt hast, kannst du eben alles individuell anpassen. Hier deine Bilder hochladen, hier das Ganze schön beschreiben, dich vorstellen, deine Kundentestimonials hier hochladen. Das geht wirklich echt easy. Einfach draufklicken. Dann kannst du hier ein YouTube-Video einfügen. Genau, du kannst hier ein gratis E-Book anbieten zum Beispiel. Aber wenn jetzt noch was fehlt, kannst du hier einfach auf Abschnitt hinzufügen. Dann kannst du noch einfach einzelne Sachen, die du brauchst, hier hinzufügen. Zum Beispiel hier so ein Kontaktformular. Dann können Leute eben dich hier noch kontaktieren. Das ist jetzt unter der Fußzeile gelandet. Das würden wir natürlich einen weiter hochziehen. Genau, noch einen weiter hochziehen. So, genau. Dann passt das auch. Hier unter der FAQ könnten dich dann Leute kontaktieren. Hier kannst du auch noch ein weiteres Feld einfach hinzufügen für eine Nachricht. Ja, und so sieht die Seite jetzt schon richtig, richtig gut aus. Du kannst aber auch, wenn dir das Gelb jetzt nicht gefällt, kannst du hier deine eigene Farbpalette anlegen. Zum Beispiel, wenn du deine eigenen Brandcolors schon hast, kannst du hier die Hexcodes eingeben, Hexcolorcodes. Und dann würde die Seite sich eben dann danach anpassen. Aber die geben dir hier auch so vorgefertigt relativ viel zur Auswahl. Und das ist sehr harmonisch aufeinander abgestimmt, finde ich, die Farbpaletten. Und da kannst du einfach ein bisschen rumklicken und eben dir deine eigenen Farben raussuchen. Aber ich finde, so oder so ähnlich sieht das schon richtig, richtig gut aus. Dann kannst du hier unten auf Veröffentlichen klicken, beziehungsweise bei mir steht Update, weil die Seite schon öffentlich war. Dann kannst du hier auf Play dir das mal angucken. Und so sieht die Seite dann eben aus, wenn man darauf landet. Du hast hier oben gesehen, das Ganze war schon richtig cool animiert. Du könntest auch noch diese anderen Abschnitte einzeln animieren. Und so kann man eben mit One-Page innerhalb von kürzester Zeit richtig geile Landing-Pages erstellen. Und die haben neuerdings auch noch so eine Funnel-Option. Das kann ich dir ganz kurz zeigen. Hier unter Quiz. Und da könnte man dann eben zum Beispiel ein Produktfinder-Funnel bauen oder für Immobilien oder eben für zum Beispiel ganz beliebt bei so Recruiting-Agenturen, dass wenn Leute sich auf einen Job bewerben, eben die doch so ein kurzes Quiz beantworten. Genau, und sobald man dem Ganzen dann Namen gegeben hat, hat man hier diesen Recruiting-Funnel. Wir können uns den einfach mal hier veröffentlichen kurz und dann schauen wir uns den an. Genau, wenn jetzt jemand nämlich auf dieser Seite landen würde, könnte er sich hier für einen Job bewerben. Dann könnte er hier seinen Vornamen eingeben. Dann könnte er sich ein kurzes Video zu dem Unternehmen hier angucken. Dann könnte er sagen, wie viel Berufserfahrung er hat. Dann, was er mal für ein Marketingbudget verwaltet hat. Genau, und so siehst du, führt man dann jemanden durch ein Quiz und man bekommt diese Informationen dann natürlich wie bei so einer Umfrage später auch angezeigt. Und man kann das Ganze dann hier, dieses Quiz, für sich individuell anpassen. Also das ist die erste Seite, die Startseite. Aber zum Beispiel hier bei der Berufserfahrung, da kannst du dann die Frage umformulieren oder zum Beispiel das Ganze nur von ein bis zehn Jahren zur Auswahl stellen. Und dann zeigt er hier sogar noch alle individuell die Zahlen an. Ja, relativ selbsterklären, einfach mal rumklicken. Hier kannst du auf jeden Fall auch neue Schritte hinzufügen. Da kannst du dann ja zum Beispiel einen kurzen Text, einen langen Text, eine Nummer oder hier so eine Cloud an Wolken angeben oder sogar das Ganze mit Bildern darstellen, was man hier auswählen kann. Genau, und dann kannst du das Ganze auch noch hier in so einem Flow verbinden. Das heißt, wenn jemand hier, weiß ich nicht, ein Jahr angibt in der Berufserfahrung, dann landet er auf dieser Frage. Und wenn er mehr als fünf Jahre angibt, dann landet er eben auf einer anderen Frage. Also das ist wirklich cool gemacht. Das Ding kann man dann nämlich später auch mit in die Landingpage einbauen, sodass diese ganze Seite noch viel interaktiver wird. Ja, die Landingpage, die haben wir schon veröffentlicht. Hier unter Einstellungen und dann unter Seiteneinstellungen kannst du noch deine eigene Domain verbinden. Das müsstest du natürlich machen, damit eben deine Webseite auch unter deiner eigenen Domain verfügbar ist. Ja, und das waren auch schon meine Erfahrungen mit OnePage.io. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Tool, um Webseiten, Landingpages, OnePager oder auch so Quizfunnels zu bauen. Die Grenzen sind so ein bisschen, man könnte damit jetzt nicht unbedingt einen Blog bauen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Oder man hat jetzt auch keine Shop-Funktion, wo man online Sachen verkaufen kann. Also es ist nicht so dieser klassische Homepage-Baukasten wie Wix. Aber dafür sind die Vorlagen richtig schön. Die Ladezeiten sind schnell, habe ich gesehen. Und man hat eben State-of-the-Art-Design-Landingpages, die man nutzen kann, eben um seine Werbekampagnen erfolgreich zu machen. Wenn du dir das jetzt angucken willst, du findest den Link unten in der Videobeschreibung. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen damit arbeiten mit OnePage.io, weil ich finde die Seiten echt hübsch. Probier es einfach aus. Ist auf jeden Fall kostenlos. Einfach draufklicken unten auf den Link. Wenn du schon mal da bist, gerne auch einen Daumen hoch da lassen. Das hilft einfach dem Algorithmus hier auf YouTube zu verstehen, dass das ein gutes Video ist. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.